Als Juso-Chef Kevin Kühnert Anfang Mai über die Verstaatlichung von privaten Unternehmen wie BMW gesprochen hatte, sorgte das für eine hitzige Debatte in ganz Deutschland. Doch wäre das wirklich die Lösung aller Probleme? Nein, wir zeigen euch heute, warum Verstaatlichung eben kein Allheimmittel ist und Betriebe aus der Privatwirtschaft viel besser als ihr Ruf sind. Denn die Privatwirtschaft ist so viel besser, dass wir dem Ganzen ein tolles Video widmen wollen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Das regelt der Markt von alleine. Komm, ich zeig dir mal, wie toll deine Privatisierung wirklich ist. Ja, dann guck mal hier, Felix. Was sind denn deine ersten Gedanken bei der Deutschen Bahn? Ja, ich denke da an Ausfälle, Verspätungen an kaputte Klimaanlagen im Sommer. Aber hey, immerhin gibt's Highspeed-WLAN an Bord. Und das alles zu extrem guten Preisen. Kein Wunder, 1994 hat man die Deutsche Bahn privatisiert. Und seitdem geht's nur noch bergab. Privatisierung funktioniert einfach nicht. Wir brauchen mehr staatliche Betriebe, Felix. Oh Mann, Janosch, ey. Mit der Deutschen Bahn ist es doch wie mit dem lieben Geld. Nur weil sie den Besitzer wechselt, ist sie noch lange nicht mehr wert. Was ich damit sagen will, die Probleme, die wir heute bei der Deutschen Bahn beobachten können, gab es auch schon vor ihrer Privatisierung. Wenn es nicht damals sogar noch ein bisschen schlimmer war. Große Teile des Schienennetzes waren marode, die Züge veraltet. Und außerdem ist der Staat trotz der Umwandlung in einer AG bis heute zu 100% Inhaber der Deutschen Bahn geblieben. So wirklich privat ist sie also nicht. Der Bahn gehört fast das komplette Schienennetz und sie kann darüber frei verfügen. Von einem freien Markt oder gar Wettbewerb kann man also auch nicht wirklich sprechen. Lass uns doch lieber mal darüber reden, was die Privatisierungswelle Anfang der 2000er Jahre uns Bürgern gebracht hat. Nämlich Vollbeschäftigung und Wohlstand. Tja, die Umwandlung vieler Betriebe von staatlich an private Hand und die Privatisierung von Besitz hat vielen Menschen finanziell sehr gut getan. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Ich guck immer so. Aber du Felix, wieso hast du mir eigentlich nicht erzählt, dass du mittlerweile CDU-Pressesprecher bist? Hm? Aber egal. PR war ja schon immer dein Ding. Vollbeschäftigung, Wohlstand und, ach ja, Arbeitsplätze. Lass uns doch mal genau dabei bleiben. Alle haben Job, keiner Langeweile. Achso, und ja, bestimmt werden auch alle Jobs in der freien Wirtschaft gut bezahlt. Bist du gut bezahlt? Aber er hier. Du wirst doch bestimmt gut bezahlt. Auch nicht. Naja, bei ihm hier, frage ich erst gar nicht. Was ich damit sagen will, zusammen mit deiner ach so tollen Vollbeschäftigung ist durch die Privatisierungswelle auch der Niedriglohnsektor immer weiter gewachsen. Während Mitte der 90er Jahre 16% aller Arbeiter niedrige Löhne erhielten, sind es heute 24%. Jeder vierte von ihnen fällt fast vor Lachen vom Stuhl, wenn du hier deine Geschichten von Vollbeschäftigung erzählst. Faire und gerechte Bezahlung gibt's nun mal einfach nicht in der privaten Wirtschaft, sondern nur bei staatlichen Arbeitgebern. Aber bleiben wir doch mal bei ihm hier. Oder bei einem seiner Kollegen im Amazon-Lager. Warum ich Kollegen sage? Naja, weil beide von ihrem privaten Arbeitgeber wie Dreck behandelt werden. Meistens sind's ausgerechnet die großen Unternehmen, die sich nicht an die Regeln halten. Ob jetzt Arbeitsbedingungen, Steuervermeidung oder Datenschutz. Amazon, Apple und Co. lassen sich nichts vorschreiben und machen einfach ihre eigenen Regeln. So eine Wirtschaft, Felix, ist nicht frei, sondern vogelfrei. Ey, und das ausgerechnet von dir, der sich gerade erst am Prime Day bei Amazon eine neue Drohne bestellt hat, oder was? Und apropos Drohnen. Unternehmen wie Amazon treiben den weltweiten Fortschritt vor allem in der Digitalisierung voran. Und das klappt in vielen Bereichen deutlich besser als bei staatlichen Projekten. Erst im Juni hat Amazon seine Prime Air Drohne vorgestellt, die schon in wenigen Monaten Pakete ausliefern soll. Hast du wahrscheinlich schon wieder gar nicht mitbekommen. Bereits 2016 gab es eine erste erfolgreiche Testlieferung. Schaut man sich dagegen das Flugtaxiprojekt der CSU in Zusammenarbeit mit Boeing an, ist das der letzte Mist. Bei der Präsentation im März stand das gute Stück nur herum. Und im Mai gab es dann erste Testflüge in Form von ein paar Hüpfern. 2025 soll das Ganze angeblich betriebsbereit sein. Experten gehen aber eher von 2050 aus. Und mal ganz ehrlich, hat die Politik gerade, wenn es um Verkehr geht, nicht viel Besseres zu tun? Der Staat sollte ausschließlich dann eingreifen, wenn die Privatwirtschaft Probleme nicht alleine gelöst bekommt. In vielen Fragen scheint es aktuell aber eher umgekehrt zu sein. Die Privatwirtschaft eilt leichtfüßig voraus und der Staat strauchelt nur so vor sich hin. So wie du, wenn du mal wieder zu viel gesoffen hast. Ja, Felix, wirklich volle Zustimmung. Und das klappt ja auch alles so super. Sieht man zum Beispiel beim Internet. Wer nicht wie du im Loft Penthouse in Berlin City aufgewachsen ist, der weiß, was ich meine. Die Deutsche Telekom, seit den 90ern auch ein privates Unternehmen, hat sich mindestens 15 Jahre lang für das Internet auf dem Land im feuchten Dreck interessiert. Und warum? Weil das sich finanziell nicht gelohnt hat, Felix. Wenn die digitale Infrastruktur in der Hand des Staates wäre, dann würden auch Dörfer endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Betriebe in staatlicher Hand sind schließlich für alle da. Nicht nur für die, die in der Stadt wohnen, viel Geld haben oder sowieso schon alle möglichen Privilegien besitzen. Auch viel besser bei staatlichen Unternehmen. Die Preise bleiben stabil. Es werden keine Mondpreise verlangt. Weil es nicht um den Profit geht, Felix, sondern um den Menschen. Wie wichtig Finanzheilen und Investoren wir Menschen sind, kannst du ja sehen, wenn du in Großstädten nach einer Wohnung suchst. Bei Dingen, die jeder zum Leben braucht, funktioniert der freie Markt einfach nicht. Wenn Vonovia wieder die Mieten erhöht, dann zahlt man sie eben. Aus Protest fängt niemand an, auf der Straße zu leben. Ja und damit liegst du sowas von daneben, Janosch. Wir müssen doch auch alle was essen. Zumindest, wenn man kein Roboter ist wie Mark Zuckerberg. Dennoch sind die Lebensmittelpreise so günstig wie nie zuvor. Dem Freihandel sei Dank. Auf unsere privaten Discounter ist eben Verlass. Oder siehst du irgendwen verhungern, weil die Lebensmittelpreise uns unermesslich gesteigen? Ach so, dann funktioniert das mit der Lebensmittelindustrie also alles so, wie es soll? Gut. Dann schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Guck mal hier, die Hühner, die lachen fast noch. Und die hier, die wissen gar nicht, was sie mit dem ganzen Platz noch anfangen sollen. Und für diese leckere Avocado hier hinter mir wurden nur 19 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Muss ich dazu eigentlich noch was sagen? Ach weißt du was, ich tue es einfach. Dazu kommt, dass unsere Gesellschaft immer dicker wird. Und das liegt an den ganzen ungesunden Geschmacksverstärker und billigem Zucker, der mittlerweile sogar in jedem Joghurt drin ist. Die Preise sind vielleicht billig, aber die Produkte, die sind ja auch beschissen. Janosch, dass du nur den letzten Billigscheißer nicht reinschaufelst, dafür kann die Privatwirtschaft nun wirklich auch nichts. Und wenn du weiter so einen Müll futterst, weißt du, was dann passiert? Dann landest du im Krankenhaus. Aber sollte dich ja nicht weiter stören. Kannst du ja in ein öffentliches Krankenhaus gehen. Ich sag nur Personalmangel, schlechte Hygiene und Infektionskrankheiten. Die Zustände sind teilweise katastrophal. Und wo wir schon bei staatlichen Behörden sind, von der deutschen Justiz wollen wir lieber gar nicht erst anfangen. Auch dort herrscht ein Mangel an Staatsanwälten und Richtern, sodass immer wieder Tatverdächtige freigelassen werden müssen, weil sie zu lange in U-Haft sitzen. Während der Staat einfach langsam ist und nicht auf Notstände reagieren kann, sind private Unternehmen viel flexibler und können viel besser auf die Nutzerinteressen eingehen. Schließlich müssen sie sich gegen Konkurrenten behaupten. Je mehr der Staat eingreift, desto bürokratischer wird es und desto mehr Einschränkungen und Verlangsamungen gibt es. Felix, auch wenn das weh tut. Private Unternehmen wollen Profit machen. Und wenn man plötzlich ab morgen Geld damit verdienen würde, indem man Menschen vergiftet, würden sich private Unternehmen dafür bestimmt nicht zu schade sein. Wobei, Zigaretten gibt's ja eigentlich schon. Dein Argument, dass Krankenhäuser in staatlicher Hand angeblich nicht funktionieren? Geschenkt, Felix. Ja, geschenkt. Da gibt's Probleme. Aber das ist mir dann doch allemal lieber als private Krankenhäuser oder Pflegeheime, wo der Mensch nur noch ein Produkt ist. Betriebe müssen in staatlicher Hand sein. Nur dann handeln sie im Interesse der Gemeinschaft. Private Unternehmen sabotieren sogar regelmäßig ganz wichtige Teile unserer Gesellschaft. Zum Beispiel die Wissenschaft. Durch tendenziöse Studien von privaten Unternehmen ist mittlerweile jedes Vertrauen in die Forschung verloren gegangen. Die Privatwirtschaft sollte sich da mal lieber komplett raushalten. Schließlich geht's ihnen nur um ihren eigenen Nutzen. Private Unternehmen haben aber häufig ganz andere finanzielle Möglichkeiten, was die Durchführung von Studien oder die Forschung angeht. Und auch sie fördern dadurch oft neue, hilfreiche Erkenntnisse zutage. Der Öl-Riese Shell zum Beispiel wendet in Kanada ein Verfahren an, um CO2 zu verflüssigen, es in Pipelines zu transportieren und tief unter der Erde zu speichern. Allein in den ersten vier Jahren im Betrieb wurden dadurch etwa 4 Millionen Tonnen CO2 gespeichert, womit Shell noch vor dem Zeitplan lag. Nimm mir nur ein staatliches Projekt, Janosch, das früher als geplant fertig geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Private Unternehmen haben Geld. Geld, das die Wissenschaft gebrauchen kann. Geld, das die Menschheit voranbringen kann. Aber hauptsächlich geht's den Unternehmen dabei um den eigenen Profit. Und dem ordnen sie sogar die gesamte Menschheit unter. Wo wir gerade bei Shell waren, die haben nämlich schon vor 30 Jahren herausgefunden, dass dieses Klimawandel-Zeugs eventuell mit ihrem geliebten Öl zu tun haben könnte. Naja, und deswegen haben sie es geheim gehalten und den Klimawandel bis 1998 aktiv abgestritten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welchen Schaden das angerichtet hat, Felix. Und wo wir gerade bei Schaden sind, als in der Finanzkrise zahlreiche Banken vor der Insolvenz standen, da waren es dann wie immer wir Steuerzahler, die deine tolle freie Marktwirtschaft gerettet haben. Erst große Töne spucken und dann weinend zu Papas Staat rennen. Mein lieber Janosch, weißt du eigentlich, wie lange so ein Banker in der Woche arbeitet? Und weißt du, wie lange im Vergleich ein Beamter arbeitet? Wenn ich einen neuen Reisepass beantragen will und zum Amt muss, dann muss ich morgens um 8 dahin so eine scheiß Nummer ziehen. Und wenn ich dann endlich dran bin, dann sitzt da irgendein humorloser Typ im Rollkragen-Polunder, der erstmal seinen scheiß Gummibaum zur Seite schiebt, nur um mir dann zu sagen, dass es schon 1 nach 12 ist und er jetzt Feierabend hat. Ey, ich muss eine Woche Urlaub nehmen, wenn ich einen neuen Reisepass beantragen will. Hey, Felix, ganz ruhig, einmal ganz tief durchatmen. Dann nimmst du eine von deinen leckeren Beruhigungstabletten hier und hörst dir meinen Kompromissvorschlag an. Ja, ich gebe zu, nicht alles kann in staatlicher Hand sein. Aber das Prinzip, jeder ist für sich selbst verantwortlich, das kann nur funktionieren, wenn auch jeder die gleichen Chancen hat. Chancen auf Aufstieg zum Beispiel. Und das funktioniert nur mit Besteuerung privater Unternehmen, Umverteilung und staatlich unterstützter kostenloser Bildung. Na, da gebe ich dir sogar recht, Janosch. Aber der freie Markt darf nicht völlig abhanden kommen und in sowas wie einer Kollektivierung von BMW enden. Eine komplett durchverstaatlichte Wirtschaft wäre ineffizient, bürokratisch und einfach langsam. Da hast du recht, Felix. Ja, ich will dir deinen freien Markt ja auch gar nicht nehmen, aber es gibt einfach Bereiche, die davor geschützt werden müssen. Die Wasserversorgung zum Beispiel. Auf der anderen Seite, würde Apple in Staatsbesitz sein, wäre Sony Ericsson wahrscheinlich immer noch der heiße Scheiß. Wirken deine Tabletten schon, Felix? Okay, perfekt. Dann kann ich ja wieder gehen und euch einen Blick in die Kommentare ans Herz legen. In dieser hitzigen Diskussion sind die Argumente teilweise relativ schnell gefallen. Deshalb haben wir euch die Argumente, die für oder gegen die Privatisierung bzw. die Verstaatlichung sprechen, in den Kommentaren angepinnt. Und hoffentlich wacht Felix da drüben dann auch bis Donnerstag wieder auf. Dann kommt nämlich unser nächstes Video. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.